Heute möchte ich euch zeigen, wie man das korrigiert, wenn euer Rasenmäheroboter ihn nicht nach Hause findet. Und zwar ist das so ein drahtgebundener Rasenmäheroboter, beziehungsweise mit einer Kontaktschlaufe. Und der fährt immer, wenn man dann sagt, home, wenn man bei so einem Rasenmäheroboter sagt, er soll nach Hause gehen, dann fährt er nach vorne und dann fährt er linkerseits immer die Schlaufe lang an diesem Kontaktdraht. Dann, da er immer diesen Draht lang fährt, muss der Draht natürlich auch hier reingehen. Und das ist hier der Ausgangsdraht und nicht der Eingangsdraht und deswegen muss ich den, ich habe den anderen hier runtergelegt. Und nass ist das auch noch, der kann noch nicht mal reinfinden. Was müssen wir machen, wir müssen ein bisschen eben legen, sodass es dann nicht so schräg die Rampe rauf geht. Und wir müssen diesen Draht, der da reinführt, der muss von vorne nach innen reingehen. Und wir müssen diesen Draht, der da reinführt, der da reinführt, der da reinführt, Und nachdem der immer von rechts rum reinfährt, machen wir jetzt so, dass wir die Schlaufe von rechts rum reinführen. Also die kommt jetzt von da her so großzügig rein. Und die Rückführende, die machen wir jetzt nicht hier direkt in Anschluss, sondern wenn der rausfährt, orientiert er sich auch wieder nach rechts. Das heißt, die zweite Schlaufe rechts, die legen wir von links raus, die kann hinter rausgehen. Jetzt habe ich das Ganze nochmal gemacht. Und jetzt sage ich Home. Ich sage Stopp. Ich sage Home. So, relativ dumm. Dann mache ich mal so. Ich sage ihm, weißt was. Wieder fahrt du nach Home. Jetzt fährt er auf der Mitte vom Draht lang. Jetzt fährt er auf der Mitte vom Draht lang. Ja, super. Fast gut. So, jetzt habe ich hier nochmal ein bisschen eingeebnet. Karre steht eben. Ich sage Start. Dann fährt er raus. Fährt sporadisch irgendwo hin. Gut, ich habe mir das anders überlegt. Und ich sage jetzt, wenn er einmal im Kreis ist, eigentlich sage ich jetzt Home. Was war's? Ich sage im Fall jetzt Home. Ich sage Home. Ich sage Stopp. Drehen in die Position. Start Home. Ein bisschen desorientiert ist er ja schon noch. Okay.